Wie steht es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Dazu haben die WDR-Lokalzeiten ja eine große Umfrage in Auftrag gegeben. Auffällig, fast 80 Prozent finden, dass die Menschen in unserer Gesellschaft immer egoistischer werden. Die Wuppertaler-Initiative Cars of Hope ist da ein tolles Gegenbeispiel. Die Wuppertaler, die nicht einfach bloß zugucken, wie Flüchtlinge an den EU-Grenzen auch jetzt noch bei den Temperaturen im Freien übernachten. Sie haben gesammelt, Geld und ganz viele Sachspenden und fahren einfach hin in die Camps an der Balkanroute. Letzte Vorbereitungen vor der langen Nachtfahrt. Bei der Planung und bei den Kontakten mit Hilfsorganisationen entlang der Balkanroute hilft das Internet. René Schulenburg möchte anpacken, sich selbst ein Bild machen. Vor allem aber sagen Leute zum Beispiel, haben das in Ungarn gesagt, aber auch in Slowenien, die Flüchtlinge werden deutlich besser behandelt, wenn Leute aus nordeuropäischen Ländern da sind, als wenn nur wir da sind. Eine große Hilfe ist für René Schulenburg, dass seine Frau ihn unterstützt. Nach seiner ersten Fahrt allein kommt sie jetzt mit auf die besondere Mission. Es ist aber auch sehr wichtig für mich, dass wir die Erfahrungen austauschen können, untereinander auch auffangen können. Es sind ja keine schönen Bilder, die man zu sehen bekommt. Es schießen einem auch schon mal die Tränen in den Augen. Es ist schon richtig hart, was man zu sehen bekommt. Und das hilft, glaube ich, ungemein, wenn man beide diese Erfahrungen gemacht hat. Und man kann einander gegenseitig unterstützen, um das auch gut zu verarbeiten. Ab dem Moment, wo René von seiner ersten Tour wieder da war und mir erzählt hat, was er dort erlebt hat, gesehen hat und gesagt hat, er will was tun, war das für mich völlig klar. Etwas tun mit der Initiative Cars of Hope. Aufbrechen, um die Not der Flüchtlinge in Österreich oder der Grenze Sloweniens zu lindern. Hier fehlt es am nötigsten und es kommen immer mehr Menschen. Mit Informationen über die Situation auf der Balkanroute hat das Ehepaar begonnen, um dann Geld und Sachspenden zu sammeln. Warme Sachen, 300 Regencapes, es wurde reichlich gegeben. Fünf Pkw und zwei Bullys und ein Lkw, die gesondert los waren, sind gut gefüllt. Insgesamt 17 Menschen haben sich für die Aktion gefunden. Stärkung vor der Abfahrt. Habe ich gerade bekommen, ist vegan. Was ist das denn? Oh, klasse. Ich glaube, Muffins, ne? Du, Simon. Wer fährt mit? Du fährst den Kaschpeil, ne? Ja, guck mal, du rechnest. Meine Mama hat schon die ganze Zeit Angst gehabt und hat mir das auch mitgeteilt. Und ich habe ihr dann irgendwann gesagt, es reicht jetzt, weil ich bin mir darüber im Klaren, dass es nicht gerade ein Zuckerschlecken wird und dass es halt da bestimmte Gefahren gibt. Aber ich lasse die nicht so primär meine Stimmung darüber beherrschen. Also ich versuche halt eher den positiven Zweck darin zu sehen. Also ich bin jetzt schon seit, ich bin 25, ne? Seit ich sieben bin gehe ich zur Schule, ein Jahr frei und dann Uni. Jetzt wird es mal wieder Zeit, was Sinnvolles zu machen, ne? Alle bauen sie jetzt auf den Rückhalt der Gruppe. Währenddessen, glaube ich, hilft das auch extrem viel, weil ich glaube, da sind bestimmt Bilder, die man nicht so schnell vergessen wird. Und da Unterstützung zu haben, ist wichtig, ja. Ich glaube, wenn wir wiederkommen, werden wir um so viele Erfahrungen reicher sein, dass es Zeit braucht, die zu verarbeiten. Ich glaube aber, dass das nicht nur negative Erfahrungen sind. Ich war ja schon mal da unten und da war das auch so. Es hat sehr viel Kraft gegeben. Es hat ein sehr gutes Gefühl gegeben, da praktisch unterstützen zu können und was zu tun. Es hat aber auch bei mir das erste Mal, und ich glaube, das wird jetzt nicht anders sein, sehr viel Trauer und Wut gegeben. Und seit heute ist er zurück und jetzt direkt hier bei uns im Studio, René Schulenberg. Also die Erfahrungen, die Eindrücke sind noch total frisch. Ja, mit welchen Gefühlen stehen Sie jetzt hier? Was nehmen Sie mit? Ja, gute Gefühle über die Sachen, die wir machen konnten, aber auch sehr viel, ja, sehr nachdenklich über was wir da gesehen haben. Es war so, dass Flüchtlinge doch an, doch heftigen Polizeigewalt ausgesetzt waren, bei Mindestemperaturen, draußen geschlafen haben oder in unbeheizte Zelte. Zum Teil, das war in Kroatien so, sogar ohne Decken. Viele Kinder, die dann gekränkelt haben und aber auch Erwachsene. Ja, es war wie in dem Beitrag schon zu sehen, weil ich schon mal da war. Dieses Mal aber noch heftiger, ich glaube, weil es auch kälter war. Ja, dass die Menschen noch mal mehr leiden. Sie haben auch Fotos mitgebracht, hier sehen wir schon eins. Das ist dann so ein Lager, das ist jetzt in Slowenien, ja? Nee, das ist ein Lager in Kroatien, das ist Opatovac. Wir durften da drinnen weder Bilder machen noch filmen. Das ist auch das Lager, wo sehr viel Polizeigewalt war. Flüchtlinge, die wir später dann im Bahnhof... Aber was genau passiert dann? Also ist das Schikane oder versucht die Polizei da irgendwie die Menschen an einem Ort zu halten? Ja, sie sind wirklich eingesperrt. Sie, so ein Camp ist aufgeteilt oder das Camp war aufgeteilt in vier Sektoren. Sie dürfen diesen Sektor nicht verlassen. Es gab aber zum Beispiel nur in einem Sektor, gab es Kleiderspenden, Decken und so weiter. Viele wollten natürlich zumindest eine Decke haben. Das durften sie aber nicht und wurden dann wirklich mit Polizeiknüppel wieder zurückgedrängt. Decken und warme Klamotten haben Sie mitgebracht, konnten sicherlich alle Leute gut gebrauchen. Und Sie haben aber auch ein Foto mitgebracht, genau da sehen wir es, nämlich so eine mobile Ladestation. Sind da die Camps auch überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass die Leute Strom brauchen? Also einige Camps schon, aber einige halt auch nicht. Und die Menschen, die verlieren sich halt oft unterwegs, weil es läuft wirklich so ab, dass Flüchtlinge in einen Zug gebracht werden. Wenn der Zug dann voll ist, geht die Tür sofort zu und zum Beispiel, ich sag mal, der Bruder steht noch draußen. So verlieren oft Menschen sich. Und deswegen ist für die Flüchtlinge die Kommunikation über Handys unverzichtbar. Und das wussten wir halt von meiner ersten Reise. Und deswegen hatten wir über die Spende auch so mobile Ladestationen gesammelt, damit wir sie mit Strom versorgen können. Damit die Leute in Kontakt bleiben können. Wichtige Aufgabe und ganz toll, also wirklich von mir Hut ab, dass Sie da die weite Reise auch auf sich genommen haben. Und ja, wenn Sie Cars of Hope unterstützen wollen, alle Infos dazu gibt es auf unserer Homepage. wuppertal.wdr.de. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Herr Schulmerk.